es ladet youtube herzlich willkommen jetzt hier sagt ja wieder nix ich habe fps 1494 im tasche 30.000 eine königskrone sollen wir stehen ist überhaupt hier ja ich bin da also bist du reichsam wie alles möglich weiß ich dann fangen wir jetzt mal richtig an oder also servus beieinander youtube kannst du dich umschauen also warte das ist okay okay ja willkommen youtube bei dark hours dem prolog zum spiel das leichensäcke oder muss kurz noch mal einstellungen machen weil ein ziel ein ziel gerade dass das unterschied dass das hier habe ich dafür gerät okie talkie was passiert nicht bereit aber das mit der steuerung ist doch extra nervend gewesen oder ich habe es nicht auf anwenden drückt so ist der geiz so passt bei mir geht es umschauen e drücken zum öffnen ok dann kann man dann die ganze beute rein tun die beute die pointe da steht irgendwas von laser wir sind hier in dem raum und ich glaube die krone ist in dem raum der da umkringelt ist ich dachte ich tue so rein aber anscheinend doch aber wo ist es ja warte mal schaut doch hier auf die karte dann weißt du wo wir hin müssen warte kurz ich will ein bisschen was rein machen damit mir ein bisschen kohle raushauen so ach karte wir sind hier oh ne wirklich ja glaube ich auch das heißt einfach raus gerade aus und einmal links oder nach rechts wieder willst ja genau auch was passiert hau ab du Drecksau oh mein gott hey ich krieg damage oh mein gott bin gleich tot aber schätze in die team oh ok wir haben schon wow wow es wird jetzt los so weit ein mädchen ja das bin ich nicht aus warte mal hier ist ein schlüssel ja gib den her kannst du mir irgendwas durch geben aufs gitter au jetzt habe ich die aus versehen geschmissen wie schmeißt du das jetzt habe ich es aber nicht mehr also werfen hier jetzt habe ich es aber aber wie komme ich denn da aus der schlüssel wie kann ich dir den schlüssel jetzt geben werfen du musst ihn du musst ihn in die ausrüstung tun ah hab ihn warte jetzt probiere ich es mal ob ich ihn dir reinschmeißen kann ah super gemacht super gemacht aber ich kann ja jetzt da gut irgendwas damit öffnen ja diese tür hier cool ok warte wir müssen die lichter aus machen weil hier sind überall lasers dann sehe ich die besser ah fuck bei mir ist die tür aber auch zu ich brauche den schlüssel dann auch nochmal ah ok das wusste ich nicht ah ne von der anderen seite verschlossen die kannst du öffnen glaube ich ok da muss ich acht geben weil hier sind lasermasers ich glaube hier sind auch lasers irgendwas ist da unter der tür zumindest servus servus was liegt denn hier oh mein gott oh mein gott hast du gesehen wie ich da drüber gesprungen bin mhm was ist das musik hast du die angemacht an achtung lasers hier gell kann ich mich da durchstucken nur wertvollen scheiß mitnehmern geil ich habe eine krone ja ja das ist aber komisches gebitter mach gleich ton das ist aber extrem lad bruder wofür kann ich denn mitnehmen ach da sehe ich es also ich habe wertvolle scheißen muss ich schon sagen ja aber wollen wir nicht schauen dass wir erst die krone kriegen und dann den rest aufsammeln liest du dir eigentlich die tipps durch ich leider nicht ich musste den drücken aber spiel ist noch scheiße laut also ich weiß nicht ob man da jetzt alles mitkriegt ich hoffe es weil abzahl ja ich glaube hier müssen wir rein schau mal das sieht interessant aus ja so strom zu versorgen ok gibt es ja wo eine leitung die von der tür weg führt what the fuck da war irgendwas laut ich habe nur noch raus gesehen da klopf es hallo ja schnacken mit einem teammitglied drücken zum hacken aber wie soll man das hacken wenn wir nichts haben warte aufs teammitglied oh da hat mein bruder gibt es mir knackquatsch ja da steht drücken zum hacken deswegen mache ich es neuerzeit so scannen zack ok wieso war das wrong hä weiß ich nicht ach so ich war schon runter hä hör auf zum drücken ich hab jetzt nichts gedrückt muss ich dir sagen was bei mir ist kann das sein warum was hast denn du gesehen pfeile nach oben und nach unten ja du musst mir sagen welchen pfeil du siehst ok links hoch links runter ah hier müssen wir echt zusammenarbeiten schiebt da da hallo bensi boy kannst du mich hören ne weil wir den sound doch ausgeschaltet haben hier ist strom hm ja ich hab strom zum aufheben einfach mitnehmen hier ist ein mikro die tüge zu da hat jemand einen schlüssel kommst du telefon leute dabei kommst du trotzdem ich will den tresor öffnen mal schauen was drin ist hallo ok doch nicht er geht ans telefon kann ich das nicht nehmen da ist irgendein verrückter dran ach geil ich hab ich hab ne ding ne ding was ne ding beim schießen ok wir haben hier ein kriegsresort den wir öffnen könnten ach ich hab dich ja schon gut muss ich dir wieder ansagen oder musst du mir jetzt ansagen wer war am telefon eigentlich irgendein verrückter hat irgendwas von tot und verderben geredet scannen du musst mir ansagen links äh rechts oh gott ok nochmal rechts runter hoch links hoch jetzt open wow erkrallt sich das ganz schnell kann ich irgendwas drücken ich dachte eigentlich das wär der strom keine sorge ich hab ne pistol wenn auf was uns zurennt dann wie sich's down aber haben wir jetzt den schwindel ach ich hab irgendwas irgendwas hab ich einhängern ich hab strom ja ne sicherung naja aber kann man die nicht wir brauchen einen sicherungskasten warte mal war an der tür irgend so eine art sicherungskasten die wir nur klimpern wenn du jetzt läufst ne nachdem du was im rucksack hast wo jetzt strom benötigt immer noch strom och hier hat die waffe getroppt hier ist auch zu aber du hast ja den schlüssel vielleicht kommst du da hast du überhaupt noch dann sehe ich nicht nein ich komm hier durch keine tür mehr die sind alle zu ja herein da drin ist übrigens die stadion büro des direktors das ist eine frechheit machen sie die tür auf wollen wir mit dem direktor sprechen wieso ist kein kleinlagiges klo wie am klo nur einlagig bleibst du schon drin oder ich geh zur grünen tür grün ist immer richtig ausgang aber hier ist ein schlüssel also woher weißt du das dass hier ein schlüssel ist weil ich das durch die kamera gesehen hab und die statue hier hinten nämlich ein schlüssel ok aufpassen lasermaser nicht einfach durchschwörteln aber wie weit gehen die gehen die hinten auch rum hm ich weiß halt nicht wie weit die gehen na du musst das du musst das ja herein voll servus du kannst jetzt nicht mal unten durch na die tür auf ah warte mal wir müssen da gerade gerade und schräg da schau da hier aha ok wir müssen pass auf wir müssen hier einmal durch da geht es safe durch außerdem warum nimmst du den ganzen schmuck hier nicht ich bin sogar schon voll ja eben siehst du deswegen warum nimmst du aber auch das mikro ding damit ja für meine let's plays vielleicht da bestär dich nicht der schräge hier ja du siehst ja welche leuchten und welche nicht ja ja alter zacki der hat schon so ein einbrecher gen in sich du das ist das problem ähm hat man bei mir die sirenen jetzt die suchen mich schon weil ich ein einbrecher gen hab ja jetzt geht er ja wie ein profi naja mich nennen boy simple leuter nenn mich i für fuß ich hab einen schlüssel da ist ein schalter können wir damit die laser ausschalten verdammte angst man soll nicht alles drücken was man sieht ups warte ich mach es wieder rückgängig wo sind eigentlich unsere beutetaschen das wir uns mal wieder erklären können was ist jetzt los die hat definitiv das ist die krone das ist eine krone oben nehmen sie das ist keine krone ist ein hut ach Gott kannst du mit dem schlüssel jetzt die tür öffnen nein geht nicht dann müssen wir hier wieder raus ich schieße mal drauf er hat einen pfeil drin stecken ich dachte ihr will uns nur was erschrecken ich dachte nicht dass da wirklich eine präsenz ist aber der laser ist noch an gell mhm aber er haut schon ab der ist schon weg du mit deiner waffe um sich kommst ich bin auch ein brutales kerlchen was passiert wenn der uns kriegt weil er ist arschlock glaube ich aber er kann durch laser laufen ne bei ihm ist scheißegal weil er ist ja nicht echt vielleicht gehört er zum inventar oooohh 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 ich habe keinen platz mehr wie viel habe ich ich habe eins kann ich noch nehmen das war es dann wir müssen echt kurz mal zur tasche wollen wir mal ganz kurz noch den tresor öffnen vielleicht ja ok machen wir das also runter links rechts runter rechts links rechts runter rechts perfekt genau kann nur keiner nehmen ok doch raps raps hatte doch noch platz einmal klimper 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 kleiner petzi oh mein gott er klimpert laut ich mein funkgerät an funkgerät brauchen wir eigentlich eh nicht mit oh hinter uns es kommt ey ich glaube der trick ist es anzuleuchten mit der taschen lamp so alles rein soll der geiz jetzt habe ich mein funkgerät das nehme ich aber noch mit gut obwohl es funkgerät glaube ich kann ich oki doki stromding behalte ich natürlich jetzt haben wir aber den wert eigentlich schon erreicht lustigerweise nur wir haben die königsquote noch nicht ja ja das will ich schon noch durchziehen die brauchen wir auch er kommt er kommt anleuchten ich glaube wirklich das ist der trick wie leuchtest du ihn an einfach nur auf ihn ja anschauen meine lieben gäste wir haben uns zusammen getrunken um in petzi zu schinken ups hat er jetzt gehört also schnell ran wir wollen abhaut der prä ja kriegst du die tür jetzt auch auf zum hauptsaal vielleicht was der hell ist going on here nothing aber ich glaube der schlüssel funktioniert nur einmal achso brauchen wir immer noch strom ja aber hier müssen wir doch er kommt leuchtet ihn an leuchtet ihn an und geht zurück leuchtet ihn her an schnell ich bin 57 vor dem tod hehehe 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 ja ja glaube ich auch ok petzi dann suchen wir weiter strom äh da ist ne tür wartung gib eine ding in die weiher kommt hola chica señorita lauf petzi lauf schnell oh nein er kommt oh sackgasse ah ah du schon tot? mhm wo bist du? in der sackgasse wo ist die sackgasse? oh jetzt könnte ich wirklich hops gehen wenn der petzi mich nicht findet ja eben wo bist du? das ist problematisch jetzt da wo du links bist bin ich rechts ist alles schwarz ich sehe auch nix ab und tust da das über die lichter ausgeschossen ich höre dich ein bisschen hallo servus pc wie geht's da alles war und achtung achtung rakete ich mein laser sicherung ich mein nix mit sicherung hier ist ein sicherungsautomat du warst aber bei uns drin oder nein ich war gegenüber so einer tür wo eine sicherung drin war so rotleuchtender raum ich habe mich verdrückt rotleuchtender raum rotleuchtender wie dann hast du noch das war immer noch in der 30 immer noch in der halle wo wir da eben aus dem raum rauskommen müssen die selbe halle eigentlich wo wir jetzt gerade reingekommen sind und dann bin ich gleich nach links ich glaube ich sehe schon aber er mich auch er kann durch gitterstäbe neun acht sieben sechs fünf vier er kommt pass auf geh raus oder ich einer von uns ach bewegt sich nicht so viel bleibt tot einfach ich habe strom mit achtung alarm achtung alarm aber jetzt ist ja hierzu ja aufhebeln oder es gibt doch irgendwo was ja da aufhebeln aufhebeln das betrifft aber eine andere komm jetzt einfach aufhebeln ich kann das nicht länger halten weißt du wie scheiße schwer was soll der geiz was soll der geiz nach einer ausdauer anzeigen naja ja ich habe doch nicht sicherlich muss in der hand haben ich habe ihn drehen ok wo bist du da wo die laser waren oder wo wir den schlüssel geholt haben ich weiß nicht mehr wo man den schlüssel geholt haben da wo die ganzen laser sind ja und wo bist du oder warum rennst du da wo die laser sind wo liegst du da wenn du reinkommst rechts hört sich ich dachte ich kann mich da vor ihm verstecken ich habe mir gar nichts tun kann wo gehst du hin das war haben wir so offen ich habe schon leiser laser meiser sage ich hat schon strom jetzt müssen wir hacken den bre ja man neues ziel machen wir die tür hinter uns zu vielleicht gesamt oh verdammt der kommt hier rein ich spreche einfach oh gas auch noch ja jetzt nicht mehr ist super ja geld hat man aber gut das war das erste mal was 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 bestes teammitglied badwood schlecht warum das opfer hat er kennt das ist aber ein scheißspiel ja ich habe mich oft geopfert fürs team das schlechte teammitglied ich habe gedacht wenn einer von uns hoff sie geht es gut überlebt der andere ich war besser ich bin besser I'm better als märmer damit kommt er nicht klar weißt ich soll man es erstmal bei der ersten runde belassen oder willst du noch eine na belassen wir das das ist ja krank na youtube wer weiß ob der sound passt keine ahnung das war das spiel war urlaut Benzi war urleise echt war ich das also ich kann ich glaube schon im gegensatz vom spiel also ja ok na wir hören es dann dann ja werden wir sehen ok Leute macht's gut ciao ciao